Ihr Freunde willkommen, neuer Siege gegen NCM9 und sinnvolle Dieb und ich habe auch gerade 3295 Energy, ihr könnt es zwar nicht sehen, aber so schon. Okay, und ich starte mit ihm hier. Okay, hier Emesity, Diana und Copper gegen Luis, Chandra und Dio. Ich hoffe mal, dass mein Emesity diese Luis outspeedet, er ist ja nicht mehr allzu schnell, weil er auf Will ist. Aber ich denke irgendwie schon. Und ich hoffe, wir one-shotten ihn auch. Also sie. Gut. Wir killen ihm Luis. 62k, na gut. Fuck you, Dio. Okay, dass du auf Dingsabumser gehst, finde ich in Ordnung. Ja, wir transformen halt. Na, wir haben jetzt attackbar bekommen. Okay, kein Hack von Chandra. Und kein Vioproc. Reduce. Okay, können wir one-shotten. Das wäre mega. Wunderbar. Das heißt, selbst falls Copper sterben sollte, was ich nicht glaube, kann auch sonst nicht mehr wirklich was passieren. Kein Defense Break. Warum auch? Stun. Stun. Okay. Wir warten mit dem dritten. Stun. Wir warten immer noch, weil fucking Copper immer noch Dingsabumster hat. Defense Break. Aber er hat eh keinen dritten Skill, also ist eh egal. Na gut, dann könnten wahrscheinlich schon fertig sein. Proc. Ja. Copper nicht bei mir da reinkommen, für den dritten Arm. Macht nix. Win is win. Gut, ein Odin Tower. Hier. Kein Tei. Standard, ne? Galleon. Perna und Triana. Irgendwann baue ich, weiß ich nicht, wie viele Trianas oder so. Scheiße auf Skillups oder so, aber ja. Einfach nur Galleons bauen, Trianas bauen, irgendein Feuer-Damage-Dealer und GG, die Defense, ne? Okay. Ziemlich langsam der Odin, oder was? Na gut, soll mal Kaemun zuerst killen, ha? Hm. Sleep? Na gut. Kill mal halt Kaemun. Oh mein Gott, du fucking Perna crittert mich, hey. Okay, fall um. So. Es wurde gerade ein bisschen interessanter, ne? Gut. Ich würde sagen, ich cleanse Galleon. Ich weiß aber nicht, ob es reicht. Wo er überlebt. Okay, tut er. Oder er hat natürlich wieder Will-Running geklaut. Ach Gott, ey, ich schwöre, wenn... Ach. Komm, Perna, mach mich stolz und... Äh... Jawohl. Sleep? Nein. Ich glaube, Triana hat aber eh Passive, ne? So, Reduce. Okay. Ja, wir haben Passive. Wunderbar. Also, selbst wenn alles schief geht, was irgendwie nur schief gehen kann, ohne Scheiß. Ja, ist die Combo halt irgendwie trotzdem overpowered. Aber ja. Wie langsam... Was, der tat nicht gedörbt. Na, sonst hätte er keine 5, 6 gehabt. Wie langsam, wie ist denn der hier? Ich meine... Hm. Der muss echt übelst langsam sein. Also, pff. Naja, egal. Trotzdem noch irgendwie gewonnen. Auch wenn Perna nicht gekrittet hat und gar nichts. Aber ja. Gut. Ciara und Twins. Jo, mein neues Lieblingsteam, ne? Leo, Rika und... Pisama. Naja, ne? Ding ist halt, Leo wird halt getargetet von den Twins, was halt irgendwie scheiße ist, ne? Okay, richtig. Warum? Warum? Warum, hey? Targetet die absichtlich Rika, weil Rika Willrunnen hat? Oder was? Erzähl mir nicht, dass die AI so klug ist, ne? Okay, nice damage, Fairy King. Stirb Shiner. Ähm. Lass stunnen. Heben wir uns... Kill. Ah, okay. Okay, diesmal hat schon mal alles der Fairy King gemacht. Die Odis, Bear Stun plus Glancing. Auf nem Wind Unit. Naja. Was soll's, ne? Okay, ich mach hier noch so einen, weil... Ja, mal wieder. Wenig Zeit natürlich, wenig zum Attacken. Äh, Luis, Chandra und Theo. Nehmen wir halt Windpender, Chandra und meine... Äth... ne? Windpender halt, ja, für den Fall, dass halt ihm was schief geht. Ich mein, Chandra hat ziemliche Crap-Runnen und... Äthna ist zwar ziemlich schnell, aber recht squishy eigentlich, ne? 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 Und halt ja, äthna zum strippen. Falls mal... Will und Shield... Na gut, wir machen erstmal nix. Eben weil sie bufft. Okay, du gehst auf Chandra. Landet ein Defense-Break. Kein Proc, Gott sei Dank. So, wir cleansen uns selbst. Protecten dich. Machen ein bisschen Damage so. Okay, ich hoffe... Wir strippen den ganzen Blödsinn. Okay. Kein Stun, macht nix. Jo, Chandra wird halt getargetet. Neues Defense-Break. Ähm... Safe-Play wäre natürlich... Äh... Endure-Poppen, ne? Aber scheiß, doch. Machen wir einen Defense-Break. Okay, lass healen. Ich glaube nicht, dass der Damage von Äthna gleich reicht. Für Endure. Okay, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Okay. Aber, ouch. Na schön. Gut, dass ich nur Wind-Penner gebracht habe, ne? So. Okay, nice. Dann können wir dich killen. Ja, können wir. Gut. Jo, Hack bringt eh nix. Schau mal, wie das Chandra im Leben bleibt oder so. Weiß ich nicht. So, machen wir das. Das Ding ist halt... Hm. Wenn, dann müsste ich eigentlich Chandra sterben lassen. Damit der Panda detect wird. Ich glaube, das werde ich jetzt einfach mal machen. Weil ich glaube, irgendwie der Damage reicht... Oh, du Bastard, warum stunzt du mich, hä? Ich weiß nicht, ob der Damage irgendwie reichen wird. Okay, Gott sei Dank. Hier Triple, also als Double Vioproc habe ich gebraucht. Oh, Mann, ey. Also, dass das... Wie lange recorde ich das gerade? Acht Minuten sind wir gerade. Ja, dass das irgendwie so... ...knapp wird. Oder irgendwie so lange dauert und alles. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also, ja, für's nächste Mal, dann... Okay, Gott sei Dank. Oder ich hoffe, zumindest das Falle zu. Jetzt sind wir schon bei 12 Minuten, hä. Fuck off. Oh. Okay, das mache ich wirklich nicht mehr, hä. Okay, Sierra, Lauren, Pörner machen wir mit Sierra, Huracan. Und Lauren. Ja, Huracan, ne? Ziemlich schnell eigentlich. Aber irgendwie ziemlich squishy, finde ich. Aber... Hier, Huracan wird eh nicht getargetet. Okay, wir outspeeden, welch ein Wunder. Äh... Autsch, Autsch. Okay. Puh. Die Frage ist... Was kommt zuerst dran, Rakan oder Lauren? Wenn Lauren dran kommt, vor Rakan, bin ich irgendwie richtig im Arsch. Ich glaube, ich muss Lauren bomben. Und auch detonaten. Der war nicht schlecht. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das 5% sind, ob der Dotting gereicht. Ich riskiere es mal nicht, weil ich weiß, ja, dass ich procke. Okay, wie wär's mit... Okay, wie wär's mit... Hm... Ja, wo bauen wir auf... Nevermind. Alles... Ich hab jetzt keinen Defense Break hier. Na gut. Wie viel Damage machen wir? Okay, Reduce dich. Wo war mein Revenge Collapse Drakan, hm? Reduce dich. Kill Siara. Bombe braucht man nicht. Jack sollte sterben. Jawohl. Dann stirbt vielleicht Siara. Who cares. Okay. Detonate. Vioproc. Okay. Naja. Ganz okay, würd ich sagen, ne? Wer halt Outspeedet, gewinnt halt. Okay. Galleon, Clarence, Savannah machen wir hier Windropendo. Der hoffentlich... Ja, nicht gewonshotted wird. Feuermann Key und Rina. Die hoffentlich den Defense Break frisst, damit Savannah Rina targetet und nicht hier mal einen Panda one-shotet. So. Schon mal... Na gut. Heal mal halt, warum nicht? Okay. Ja, und wir gehen halt auf Savannah. Normalerie ist der Damage Dealer. Autsch. Okay, lass ich jetzt halber Heal machen. Dass wir irgendwie Rina ein bisschen vollkriegen. Autsch, autsch, autsch. Die... Jo. Was dann? Okay. Hm. 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 Weiß ich nicht. Irgendwie will ich sie nicht killen, weil Rina... ...Defense Break oben hat. Okay, jetzt aber, ne? Okay. Defense Break dich. Okay. Lass irgendwie nicht greedy sein, hä. Oh, na, Cyroprop kann man critten. Nein. Lass nicht greedy sein. Lass nicht greedy sein. So, lass wieder healen. Defense Breaken. Nämlich fast der Galia schon one-shotted. Holy shit, hä. Können wir killen. Endlich. Hm. Ich mein, okay. Irina würde das, glaub ich... ...jetzt Solo gewinnen, ja. So, wir machen das halt. Aber ich will's nicht herausfinden, ob sie's kann, hä? What the fuck? Na, okay. Glaub nicht, dass wir Panda Down kriegen, also... Okay, spätestens jetzt würde man das gewinnen. Aber gut. Naja. Gut, machen wir den hier. Kemon, Fermion, Orion. Soll ich das lassen, oder soll ich ne... Na, nehm mal ne... Nehm mal ne Harmonia. Bist du Harmonia? Jo, bist du okay. Ja, hat sich hier nix erändert. Jozaa, Skogel und... Harmonia. Dann werden wir, glaub ich, den Burst überleben. Irgendwie soll das eigentlich recht easy sein. Autsch. Äh... Das ist natürlich immer mega scheiße. Skogel gestunt. Harmonia, Defense Break und so. Okay. Autsch. Stop Bioproking. Okay, komm, lass hier. Ich würd sagen, das scariest ist der fucking Orion. Deswegen dritten Skill of Orion. Och, anders reicht wieder nicht, so ein bisschen Arschlecken. Okay. Reicht's. Aber gepasst. Wär jetzt irgendwie scheiße gewesen, wenn nicht. Ähm, ja. Nice proc. Wär wohl. Target der Rück ist Skogel. So, dünn. Und dünn. Overpowered ist Famian Passive. Sogar ein Rock überlebt. Wahnsinn. Okay, hier. Gemini. Virat. Rika. Woosa. Virat. Eleval. Keine Ahnung, ob das irgendwie das beste Team ist, aber... Ich mein natürlich, Woosa hinter Gemini bringen wir jetzt nicht die beste, ne? Idee habe ich hoffentlich irgendwie, dass wir irgendwas besisten. Okay. Äh. Ja. Hm. Oh. Der war nicht schlecht. Rika. Äh. 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 Aber, ich hab's immerhin gecheckt. Äh. So, kann man dich vielleicht slideen? Slippen... und dich killen... und dich killen... Ja, ne? Animal muss halt performen, wenn Rika immer so gut ist. Okay, das war ja recht fix eigentlich. Braha, Pernafengian, Kali, Konomir und sicherheitshalber Ildryl. Erstens Tank für Perna, zweitens Reviver, falls irgendwie Braha Kali mördert. Gut, wir boosten Kali, killen instans den Windpando. Und ja. Warum leckt's? Wir klenten, healen. So, wir machen Speedbuff. Tja, lass den Perna irgendwie arbeiten. Gib dir Turn. Wow. 20kp Perna, auch nicht schlecht. Kann ich Braha kritten? Nein. Scheiße. Okay, heal dich. Na gut, dann back to Perna. So, kill, jawohl. Bastard Perna aber. Deswegen haben wir ja Ildryl gebraucht. Zack. Das dauert hier irgendwie zu lange. Stun. Stun. Ich hoffe wir critten dann. Wirklich. Okay, komm. Geh mal dir den Turn heal, man. Komm, crit. So, cleanse. Gut. Kill Perna. Neuer Versuch. Na toll, jetzt critest du, wo ich keinen cool anderen hätte. Gut, heal dich. Stun. Crit. Ah, okay. War jetzt auch nicht so wild. Okay, und der letzte. Gemini, Perna und Geni. Machen wir hier mit Ok aus. Chasun und Eger. Also, da würde ich eigentlich drauf wetten, dass da wirklich nichts schief gehen kann. Wir resetten dich. Fuck. Gott sei Dank, Perna hat gerade gedirbt, oder? Oh Mann, hä? Ach. What the fuck, hä? Okay. So. Fuller Blossoms auf Okeanos. Der macht uns... Yo. Fuck off, hä, scheiß Gemini. Ja, okay. So, wir stunnen jetzt endlich mal. Gut. Full Team Stun. Dann... Dann machen wir sowas. Und Perna will ich dann eigentlich resetten. Damage. Okay, nicht gekillt. So, Gemini fällt um. Okeanos hat reset. Ich hoffe, das killt. Jawohl. Holy shit, hä. Ich glaube, wenn Perna nicht verkackt hätte oder so, ne? Turn 1. Hat, glaube ich, nicht zweitens gemacht. Na, erstens hat, glaube ich, Perna gemacht. Ich weiß nicht, ob Chasun überlebt hätte. Ich weiß nicht, ob Chasun überlebt hätte. Aber ja. Man muss auch ab und zu mal irgendwie ein bisschen Glück haben, ne? Ja. Ja. Okay. Genie, fall um. Dann... Ja, Gott sei Dank. Viertel... 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 Vier in der Früh, hä. Also... Ja, ne? Alle Text drinnen. 2009 Energy habe ich noch. Und ja, das waren... 10 von 10. Und so übertrieben hier. Violent, hä. 235 Punkte. Hier wäre man lieblich schön, wenn ich auch ein paar Defense Wins zusammen bekomme. Und was ich gesehen habe, das gibt kein Ranking jetzt gerade, ne? Also... Ja, das war unser letztes Ding. Also Rang 6. Wobei... Eine Gilde gibt es nicht mehr. Also eigentlich halt Rang 5. Wir haben sogar eigentlich eine ziemlich gute Win-Rate. Also... Hier... 43 Siege. Und... Wir haben 32 mal entweder Platz 2 oder Platz 3, ne? Platz 2 zählt ja nämlich auch als Niederlage. Also... Nicht schlecht, unsere Gilde. Aber... Ja... Ich würde sagen... Dass das sowieso... Und das... Es wird wahrscheinlich ein Win. Und... Ja... Ich hoffe es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Und ja... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und... Irgendwann machen wir ja dieses komische Turnier auch. Was aber glaube ich erst im August ist oder so, ne? Also da werden wir auf jeden Fall dabei sein.